Zeit für ein Duell kleinen Trick arbeiten und zwar wenn wir heute mit unserem Kartendeck spielen, weil ganz ehrlich liebe Freunde, ich komme mit diesen Pendelmonstern einfach nicht zurecht, deswegen werden wir einfach mit unserem Kartendeck mal ins Duell starten einfach, wir schauen einfach mal was wir bekommen und wie der Sicherheitsbeamte aussieht, den kennen wir ja noch gar nicht, okay, sieht ein bisschen grimmig aus, na gut, okay, was wollen wir nehmen, wir nehmen mal Blatt, auch gewindelbar, perfekt, super, kommen wir als erstes mal anfangen und schauen mal, was für schöne Karten den wir bekommen und los geht's würde ich sagen Gut, wir haben Rekirchbrecher, Müsse Schnaubenpuffon, unser Eisenschrottevogelscheuche, Ritteres Schwerter und Vaterischmangelschen Ritter Gut, den spielen wir erstmal, dann kriegen wir erstmal eine Toke rauf, dann können wir einmal unsere Karte erstmal safen Und dann legen wir Eisenvogelscheuche nochmal, ja und dann bänden wir den Zug So, mal gucken, was der Sicherheitsbeamte hier macht, mal gucken, was er kann, was er dann schon auch gut macht, liegt eine Karte verdeckt und oben auch eine Karte verdeckt Okay Okay, okay, wir können den mäßigsten Raumpuffon aktivieren und zerstellen erstmal seine Karte oben So, weg damit, die brauchst du nicht mehr Oh, Wiedergeburt, ah ja, okay Gut Hm, was machen wir jetzt Ah, komm, wir greifen einmal ein Mit unserem Verteidigsten Mangelischen Ritter Genau, die Karte Können wir zerstören Okay Okay, kannst 500 ADK Äh, abziehen Das ist aber kein Problem Dann abfahren wir unseren Verteidigsten Mangelischen Ritter und holen unseren Ähm, Herr Beru von Totenkopf Haben wir 2500 jetzt Das ist mal nicht schlecht hier So, Sicherheitsbeamte Du bist dran Was machst du? Na? Was ist dein Plan? Eine Karte verdeckt Okay Gut Und? Wir haben im Grunde einen Apfel bekommen Das ist eine ganz, ganz starke Karte, finde ich Das ist ja eine meiner liebsten Karten, finde ich Die ist, ähm, richtig toll Gut, dann greifen wir einfach mal an, würde ich sagen Herr Beru von Totenkopf Greift die verdeckte Karte an Oh, können wir zerstören Sehr schön Okay Was ist denn das hier? Sicherheit Alter Okay Okay, so, gut Bändenwanderzug Gut, er hat so kleine Sicherheitseinheiten, sag ich mal Die er immer spielt Okay Und was kriegen wir jetzt? Hm, wir haben einen Schneemann bekommen Auch eine sehr Tolle Karte, finde ich So, und wir greifen ihn wieder an Hm, auf die verdeckte Karte Können wir zerstören Sehr schön Und Bändenwanderzug Wir müssten am besten noch ein Monster haben, wo wir Mit zweimal eingreifen können Und er liegt wie ein Monster Verdeckt, okay Okay, so, Herz der Karten Grube Ja, Grube können wir legen Das ist auch in Ordnung Na gut, müssen wir mit einer Karte Wieder angreifen Ist kein Problem Greift wieder auf die verdeckte Karte Okay, die können wir nicht zerstören Siebar Krieger Tarko Okay Diese Karte kann nicht im Kampf Zerstört werden Okay Wenn eine Karte Auf dem Feld Im Kampf Durch Durch Kampf Oder durch Karten Zerstört wird Bring sie offen Auf den Achso Die geht zurück In die Hand Okay, alles klar Ein kleiner Ja, was ist das hier? Ein kleiner Hund, ne? Ein kleiner süßer Hund Okay, müssen wir mal gucken Dass wir die Karte irgendwie Mit einem Karten-Effekt Entsprechend Ähm Ihnen die auf die Hand packen Okay Nibel Barsch hier Hm Und die Muster Fusion Also Opferst gleich dann Gugu-Verfolger Okay 1900 Nicht schlecht Ah ja Und Opferst die beiden wieder Okay Gugu-Jäger Gugu-Jäger 2094 Okay Nicht schlecht Aber Wir können ja Den Eingriff blocken Durch Vogelscheuche Können wir Den Eingriff einmal super blocken Da kannst du ja rauf gehen Auf den Schneemann Du hast etwa 550 Und können wir dann Die Karte zerstören Ach, weg ist sie Tja Hast du so gedacht gehabt Na, du flippst die Karte wieder Sehr schön Das ist doch nicht schlecht So, wir können ja Wir haben noch Ähm Karate-Hund gefunden Die können wir doch mal Spiel einfach Trotzdem ist unser Herbeigerufener Totenkopf Immer sehr stark Mit 2000 Ich würde mal sagen Wir greifen einfach an Komm Karate-Hund Greif an 450 Und Greif direkt auf Lebenspunkte Bäm Hast du noch 5000 Lebenspunkte Sicherer Planter Ja, ja Guck nicht so grimmig Wir werden das Duell gewinnen Einfach Wir werden dich besiegen Ach, da ist dieser Hund wieder Den können wir ja nicht zerstören Moment Wir haben ja noch Rackige-Brecher, ne Hm Rackige-Brecher Erlegen wir einfach mal Ähm Flippen Und dann Und dann Hund einfach Ja, genau Dann können wir doch Schneemann flippen Der hat einen Karten-Effekt Wir können dich Mit Angriffen nicht zerstören Aber wir können ihn mit Der Karten-Effekt zerstören Das sollte gehen Dann spüren wir einfach mal Noch verräterisches Schwerter Dann kann er erstmal Drei Runden angreifen Und dann greifen wir an Erstmal herbeigerufen Totenkopf 2000 Direkt auf Lebenspunkte Und Karate-Hundung 1800 Bäm Tja Sicherheitsbomb da Tja, ein Angriff Und du bist Geschichte Dann kannst du deinen Job kündigen War's doch nicht so gut Mal aufpassen hier Okay, legst eine Karte Verdeckt Okay Hm Was können wir denn aktivieren Rakiki-Brecher Wirf eine Karte ab Und wähle Dann eine Karte Auf dem Spiel Was zerstört wird Ja Wir sagen kurz mal Nein Er kann da drei Runden Lange nicht eingreifen Jetzt müssen wir noch mal schauen Gut, erstmal gehen wir Mit Schneemann In Verteidigungsfunktion Jetzt könnten wir Rakiki-Brecher benutzen Und seine Karte Sein Monster Ja Zerstören Müsste eigentlich gehen Gut Aktivieren wir einfach mal Schmeißen Verräterisches Schwert ab Und zerstören Sein Monster Sehr schön Und greifen einfach mit Den hereigerufenen Totenkopf Denk deine Lebenspunkte an Hast du noch was zu sagen Sicherheitsbeamter Oder willst du Sofort kündigen Gut, wir greifen an Und Geh winnen das Spiel Tja Du hast deinen Job Doch nicht so gut gemacht gehabt Ich würde dir einfach Einen Jobwechsel Empfehlen einfach Gut liebe Freunde Ich bedanke mich erstmal Wieder, dass ihr beiratet Gebt auf den Video Und Daumen hoch Wenn ihr euch gefallen habt Abdehren den Kanal Aktiviert die Knoche Dass ihr nächstes Mal verpasst Würde mich mega freuen Mich mega schützen Würde mich mega freuen Wenn ihr das nächste Mal bei seid Wenn ihr seid Dann bedanke mich erstmal Und sagt auf Wiedersehen Ich hab gesehen Du warst noch nicht auf dem Weg Aber los jetzt Bis zum nächsten Mal